Hallo zusammen, mein Name ist Sebastian und herzlich willkommen zu unserem neunten Mac Welt Weekly Wochenrückblick. Nachdem Apple letzten Mittwoch das Mac OS 10.10.3 Update veröffentlichte, bei dem auch die iPhoto durch die neue Fotos App ersetzt wurde, wurde nun bekannt, dass dieses Update auch wichtige technische Verbesserungen mit sich brachte. So unterstützen ab sofort auch ältere Macs wie der Late 2014 Mac Mini und das mit 2014 15 Zoll MacBook Pro den Single-Stream-Transport, wodurch 4K-Displays mit 60 Hz angesteuert werden können. Dies ist auch mit dem neuen 12 Zoll MacBook möglich. Zusätzlich dazu wurde auch ein Protokoll zur Ansteuerung der SSDs in den MacBooks ersetzt, das unter anderem einen schnelleren und energieeffizienteren Zugriff ermöglicht. Auch wenn die neue Mac OS Fotos App auf den ersten Blick sehr simpel aussieht, bietet sie doch viele Werkzeuge, um die Fotos zu bearbeiten. Dafür haben wir diese Woche auch speziell einen Ratgeber auf Mac Welt veröffentlicht, der alle Bearbeitungstools ausführlich vorstellt. Diese Woche veröffentlichte Apple dann auch eine erste Beta-Version von iOS 8.4. Eine der größten Veränderungen wird eine komplett überarbeitete Musik-App. Diese ist nicht nur deutlich verschlankt worden, sondern erhält auch ein komplettes Redesign. Und in Ländern, in denen der Dienst verfügbar ist, wird iTunes Radio nun auch im Mittelpunkt stehen. Mehr Screenshots zu dieser neuen App haben wir auf Mac Welt.de. Es wird allerdings in den nächsten Wochen noch viele Veränderungen geben, weil es sich bisher nur um die erste Beta-Version handelt. Diese Woche wurde von Nokia dann auch bestätigt, dass das Unternehmen eine Übernahme von Alcatel-Lucent plant. Diese Übernahme soll durch einen Aktientausch stattfinden und die Verhandlungen sind bereits fortgeschritten. Diese Übernahme würde es dann Nokia ermöglichen, besser gegen Konkurrenten wie zum Beispiel Ericsson oder Huawei Technologies anzudrehen. Auch Apple übernahm diese Woche eine weitere Firma. Bei Links Imaging handelt es sich um ein israelisches Unternehmen, das Kameramodule mit unterschiedlich vielen Bildsensoren entwickelt. Durch die Kombination von bis zu vier Bildsensoren in einer Kamera soll es so möglich sein, mit Smartphones eine Bildqualität zu erreichen, die sonst nur mit Spiegelreflexkamera möglich ist. Die Übernahme soll Apple angeblich 20 Millionen US-Dollar gekostet haben und die Technologie des Unternehmens schon sehr bald in neuen iPhones zum Einsatz kommen. Dies beendet dann auch unseren neunten Mac Welt Weekly Wochenrückblick. Die Links zu den Artikeln, über die wir in diesem Video gesprochen haben, findet ihr natürlich in der Beschreibung des Videos und viele weitere Artikel und Tests rund um Apple, auch auf macwelt.de. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.